Der Aufbau ist sehr einfach und geht sehr schnell und es steht wirklich nach 15 Minuten. Nutzen kann man es wirklich für alles, Beachvolleyball, Beach-Tennis, Beach-Badminton. Befestigt wird es wirklich nur mit zwei Stahl-Erdnägel, links und rechts und dadurch wird natürlich das Netz auch sehr gut gespannt und ist wirklich stabil. Die Netzhöhe lässt sich super einfach für Herren und Frauen einstellen. Es ist von der Sicherheit wirklich alles gegeben. Man hat links und rechts zwei Erdnägel aus Stahl, die das Netz spannen. Verspannungsschnüre birgen immer eine gewisse Verletzungsgefahr in sich und die ist beim Copacomletzett ausgeschlossen und deshalb ist die Verletzungsgefahr auch gleich null. Der Spaß war wirklich zu 100% gegeben und ich kann es nur weiterempfehlen. Der Spaß war wirklich zu 100% gegeben und ich kann es nur weiterempfehlen. Der Spaß war wirklich zu 100% gegeben und ich kann es nur weiterempfehlen. Der Spaß war wirklich zu 100% gegeben und ich kann es nur weiterempfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020